So, Hallöchen, liebe Freunde, guck mal, hier liegen 300.000 Euro in Gold. 300.000 Euro. So, ich vermute mal starten, damit ich das Fach gar nicht mehr zu bekommen und ein größeres brauche. Ich wollte eigentlich auch noch der Sieber mit reinpacken, aber ich glaube, das mache ich wohl besser vergessen. Na ja, da haben wir noch ein Gold. Da haben wir noch mehr Gold. 300.000 liegen da drin, Freunde. Das ganze Ziel werde ich dann wohl wieder mitnehmen. Weil das passt nicht mehr rein. So, erlaub. So, Freunde. Und da kommt jetzt, schön, so hoch zu haben, ins Schließfach. So. Weg ist es. So. Und dann nehmen wir das wieder mit. So, Freunde. Das war's dann. Tschüssi.